Ey, es ist echt random wer gewinnt, gell? Nee. Gerade eben war er noch letzter. Wer am meisten abstaubt. Ja. Es ist mega Glück, ob du gewinnst oder bei dir. Level 5, was ist da los? Also bei uns zumindest. Bestimmt gibt es da die UC richtig gut. Ich will heute noch 5000 Gold. Ich hab nicht mal 1000, Alter. Mach mal Henne. Warte, vielleicht. Ich hab jetzt Level 5. Jetzt hab ich 1000. Philipp, Tobi. Ja, ich bin da. Ich hab die Katsche am gestern. Hör mal auf mit der Katsche ey. Wir kommen die Tempel. Come on, come on. Ja, wir kommen die Tempel. Oh mein Gott. Ender Arcade Mode für ein Quicksingle-Player-Funnel. Halbe Stunde später, immer noch kein Druck. Brawl. Nicht der Biesen. Wir müssen Timon immer rauskicken bevor er den Desen kriegt. Nur so haben wir ne Chance. Alter verdammt, er hat den Desen. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir können das Spiel abbrechen. Direkt, ey. Raus aus dem Gag. Hör mal weg. 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 Alter, lass mich doch mal in Ruhe bleiben. Blöden Besen. Alles was man sich ahmet. Muss er an teilweise aufhören. Ah, da ist er weg. Bleib weg. Was? Was? Und die Hände? Ich hasse dich, Timon, Alter. Mit einem blöden Besen. Mein Hammer, Alter. Richtig geil getimed, Mann. Alter, Timon, ich will jetzt einmal Timon raushauen mit seinem blöden Scheißbesen. Er haut sich selber raus. Er hat seinen Besen nicht, töte ihn! Schnell! Jetzt hat er gleich den Besen, verdammt. Boah, ich muss ihn raushauen, komm schon. Anrenn hinter Timon her. Boah, weg mit dir, Mann. Da bin ich wieder. Timon, du blöder Penner. Erstmal Marathon laufen. Ja, lass dich, Timon. So viel zum Timing, Mann. Alter! Er hat den Besen und sofort killt er einen. Oh! Ich bin's denn. Haus, oder? Oh ja. Alter, was? Richtig doch jetzt endlich mal. Ich hab null Punkte, wenn was es geht. Und am dritten Mal musst du doch verstehen, dass ich ihn nicht erwischt bin. Seit wann redest du eigentlich? Bei dem Spiel. Timon verzieht mit deinem blöden Schwerbesen. Niemand mag dich. Niemand mag dich. Niemand mag dich. Ich komm von hinten. Alter. Alter, der Hammer ist zehnmal besser als das blöde Schwert. Sachen los Das ist im Teufel Verdammt, ich verliere Ich verliere Ich will nicht verlieren Wieso hab ich denn jedes mal den blöden Hammer? Alter, komm Ich kenne einen Lied, was zu dieser dummen Hexe passt Heißt Elektrohexe Was? Sacht, Mensch So, weg mit dir Hexe Weg mit dir Du Hurde Häng voll in die Fresse Timon hat den Hammer, tötet ihn Bevor er den Wesen kriegt Hab wieder mal keine Waffe Ach man Ich verstehe, wie man Leute runter haben kann Oh jeje Wer ist das? Wer ist das? Film? Ja du kriegst den Besen Er kriegt halt den Besen Jetzt bin ich Was? Nein, ich bin der Schwarze Achso, du bist der Bredwar Dieser Vogel im Hintergrund Einfach diese Tower Richtig nice man Sieht aus wie so ne böse Taube Angry Bird Ein schlechter Dinguiner Was? Weg mit dir Ey Timon gewinnt nie im Finale Weil er einfach scheiße ist Gut, ich kann mit dem letzten Platz leben Das wars dann, oder? Eins geht noch, komm Alles Mach einfach mal schnell Einfach nur den Charakter, wo ihr immer nehmt oder so Ja nicht Ja man, wir gehen wieder in die Great Hall Ja genau, er wählt das andere Wenn jetzt das andere kommt, gell Okay Ficken wir dich einmal noch Einmal noch Einmal noch Einmal noch Einmal noch, Freunde Der Pirat Brawl Ey Was? Ja übertreibt halt um den Drecks Alter, das, die, die, die Fernschusswaffe ist auch richtig overpowered Ey, weg mit dir, du dummer Mann Ey Ey Ich geh mal mit dem blöden Besen, Alter Kackbesen Kackfrette Alter, was er macht Die Raten sind auch nicht schlecht Loll, wo bin ich drin? Alter, ich hab immer noch 0 Punkte Ey Und ich bin doch gar nicht gestorben eigentlich Verdammt Ich bräuchte mal ne Waffe Ahah Was? Oh Alter, ich kann gar nicht mehr reden Ich bin gerade zu vertieft in die Scheiße Ey, zum Tryharden Hey, Digga, wie wirfst du die Dinger an? Das weiß ich gar nicht Mausrad Mausrad Ja, Mausrad einmal drüben Du hast da sowas Zwischen deinen zweiten Tassen Ich weiß, was dein Mausrad ist Ja, sicher War gerade nicht so Gebt mir keine Waffe, Mann Gib mir mal ne Waffe Hier, was er haben Ey, ich hab auch keine Waffe Ey, ich hab auch keine Waffe Ey, du bist dich jetzt mal Geht mal auf den Piraten, ey Übel, gell? Freibeuter Freibeuter Ach, verdammt Was machen wir wohl, ey? Freibeuter Wenn er cheatet Verdammt, verdammt Wir haben die Piraten Piraten Wie ist das so beschissen, Alter? Nein Alter Verdammt 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 Schaut mal auf die Drücke, was ist denn los? Er hat 11 Punkte Der Pirate ist so unfair Einfach Ja, halt auf so'n Close-Ride trips, ist ja halt krass Der hat diese blöde Schusswaffe da Gekillt alles weg Dafür ist halt der Besen ziemlich schlecht hier Auf der Map war ich noch ein Eichrich Wohin Nimm doch diese Schusswaffe Mann Verdammt Hey Dankeschön, Max Nice, immer noch minus 2 Fuck Ja, also wir springen halt alle hin Ja, also wir springen halt alle hin Wohin, wie ich meine Hüfer wieder aufgefangen hab Alter, was er macht Was er macht? Oh my god Alter, T-Monot, oder? Blöde Miskor Oh, ich bin letzter, verdammt So immer sogar nicht Hey, was? Ihr kennt mittlerweile meine Attacken-Könne-Fan Ja Wenn du den Besen hast, weiß man das Wenn du den Besen hast, weiß man das Wenn du den Besen hast, weiß man das Dass man ausweichen muss Deck mit dir, Mama Ja Hey, warum hast du jetzt plötzlich 12? Was? Weil ich krass bin Weil ich gut bin, weil ich groß bin Weil ich gewinne Weil ich gewinne Ach, Mann Hey, ich bin bei 0, wie gut Wie gut Brutal Du, du hauser Dude, Alter Ja, Mann Ich bin ein krasser Spieler Du bist 40 Gold Gleichfalls So, irgendwie sagt der Score nichts über den Bonus aus, oder? Du musst 163 bekombadieren Ich bin jetzt für nur ein Halblevel 1200 Gold Ich 5 Heuterte Hey, wir fahren jetzt aber mal auf Eine Runde noch Alter, das sagt dir seit 10 Runden Das ist der Plan Ich hab keinen Bock mehr Wie könntest du keinen Bock haben, Junge? Das beste Spiel Bestes Spiel Warum wird denn das hier schon? Es gibt kein besseres, ja Also... Ey, wer hat mir... Oh, ich dachte schon Oh, verdammt Ich kann nicht... Aua, ich kann nicht mehr sitzen Hä, Leute, wieso dein Wird war besser als meiner? Also, wieso hat der einen Schaden mehr, aber einen... Ähm, das kann man unten wählen, so verschiedene Einstellungen Oh, na gut Brawl Naja, der Schwarz ist wieder da Der Schwarz ist wieder da Verdammt, der Schwarz ist wieder da Und die, die dumme Elfen überhaupt, Mann Die Elfen nur Ja, hallo Was würdest du irgendwie machen, wenn du gegen den Sch... Guck mal, der schwarze Spieler will skatieren, Alter Der ist mein Kleid hier Mike Tyson Straight Outer Com, mein Freund Straight Outer Com Jetzt bin ich mir nicht mehr in Gefangenschaft Der hat... Der die Streetfight-Skills von früher aus in seinem Ghetto-Leben Und meiner Sklaverei Und meiner Sklaverei Der ist starker Der ist starker Der ist starker Der ist halt Der ist halt Alter, wo bin ich denn? Ich check ja grad gar nichts mehr Halt mal deinen Scheiß Halt mal deinen Scheiß Häh Einen Arsch Wo bin ich? Da bin ich Gebt wer das Okay, dankeschön Soll, wenn ich da mal Komm schon, komm schon Komm schon Der ist ein Schlocklocklock Du Arsch Du Arsch Du Arsch Ey Er hat 10 Ey, wer ist eigentlich der Schwarze? Ohne Witz Timon, bist du der Schwarze? Timon ist nur am Cheat Ich bin der Schwarze Ach du bist der Schwarze Okay Er ist nie schwarz, Mann Er ist was ist... Er ist Schokobraun, Alter Er ist Schokobraun, Alter Alle auf Timon Alle auf Timon Aber ich weiß, was dein Plan ist Wenn er... Er hat mal alle auf die Elfen, oder? Sie ist Low Wo brauchst du denn jetzt nur noch ab? Ey, dein Ernst? Ich war noch nicht mal Low Ey Ey, ist halt zu gut Die Stöpchen Alter Oh Ey, jetzt ist der Schwarze Alter 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 Hör doch mal auf jetzt hier zu bashen, Alter Das geht dir gar nicht Alter Hör mal auf jetzt, komm Alter Hör mal auf jetzt, komm Alter Hör mal auf jetzt, komm Oh mein Gott Ey, nichts Letzter ist Ey, nichts Letzter ist Er lädt halt einfach immer seinen Rechtsklick auf, weißt du? Dann machst du nichts mehr Ich hätte gerne Waffe, wenn es recht wäre Nein, ist nicht recht Nein, ist nicht recht Darfst du nicht Ist links, oder? Ey, der Schwarze ist aber auch krass, Mann Krasser Dude Ey, wer bin denn ich? Was? Alter, du blöder Ey, hör mal, ruf mich ein zu hören Du blöder Dunkelrediger Afroamerikanisches Schaumdrettchen Moment, ähm Das ist glaube ich Mega Kuss Wie sagt man das korrekt? Schaum, Schaum Schaum Schoko, Schaum Kuss Von ner leichten Schaum He He Mit euch alle Verdammt Weg Alter, ich hab das Gefühl, ich bin gar nicht schlecht, aber trotzdem nur einen Punkt W-wieso ist Timon so gut mit dieser Elfen-Schlampe? Oh, und die Antuba ist so offen Er hat doch gar kein Wesen Oh, okay Alter, der Axt, Mann Im Arsch, vielleicht Was geht? Ne, ich mag den ewig, gell 13 Punkte Was geht? Hab die vorhin auch gespielt Morphium Ist das ein Sie, oder er? Sie, oder? Wieso, wieso ist Fruchti draußen? Ich bin gleich Level 6, Alter Ey, jetzt werden wir auf, oder? Habt ihr noch Bock auf ne Runde? Ich hab kein Bock mehr, Alter Ey, ist Fruchti rausgegangen 1 gegen 1, oder? Komm 1 gegen 1 Alter, fack, ja, ich verpiss mich Bis dann Tschau Tschau